Die meisten versuchen das Problem des Draufsteigens beim Tanzen dadurch zu lösen, dass sie einen großen Abstand machen und dann mit riesigem Abstand auf Sicherheit ihre Tanzschritte setzen. Und das sieht einfach unmöglich aus. Und dann gibt es euch. Ihr habt dieses Video mit diesem Tipp gesehen und euch passiert das nicht mehr. Der Tipp ist versetzte Körperposition. Ich zeige euch das mal mit der Easy vor mir. Wir stehen nicht genau voreinander, sondern mindestens 20 cm versetzt. Wenn wir jetzt den Blick auf unsere Füße wenden, dann sind wir vierspurig aufgestellt und zeigen mit dem rechten Schuh zwischen die Füße des Partners. Wichtig dabei ist auch, dass eure Füße nicht mehr geschlossen sind, weil da bleibt die Spur in der Mitte für den rechten Fuß des Partners ja nicht frei. Also so ein bisschen ist es, wie wenn man zwischen den Füßen die kleine Rettungsgasse freilässt, damit der rechte Fuß des Partners da dazwischensteigen kann.